Was geht ab, meine lieben Freunde? Neue Uni hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Freunde, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von der Bundesliga-Home-Challenge. Dort habe ich ja auch für den BVB gespielt, das Ganze moderiert. Das habt ihr super aufgenommen, Leute. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein Riesen-Dankeschön. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der N.E. von viel FIFA, mache FIFA-Content. Und wir werden jetzt zur Sommerpause ein paar richtig coole Formate auf die Beine stellen. Ich bin auf jeden Fall auch mega froh, mit dabei zu sein. Heute geht es los mit einem kleinen Interview mit Zagadou. Wir werden ihm gleich ein paar Fragen stellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem ersten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein positives Feedback da. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Interview, Leute. Ich habe richtig Bock drauf. Let's go! Die erste Frage lautet, warum ist Akanji im Spiel so viel schneller als du? Der hat ja, glaube ich, plus 16 mehr auf seiner normalen Karte. Ist da was dran oder warum ist der so viel schneller? Ja, das ist wahr. Manu ist viel schneller als ich. Er hat große Kuss, große Kuss. Ich denke, es ist dank der Fall, dass er schnell geht. Aber es ist normal, dass er schneller ist. Und jetzt haben wir noch was richtig cooles für euch. Und zwar hat uns der liebe Eldy ein paar Clips zukommen lassen, wo er euch mal zeigt, was Zagadous Karte in FIFA drauf hat. So Leute, wir haben jetzt hier Zagadous Goldkarte, wie er schon gerade erwähnt hatte. Und wir werden jetzt versuchen, mit ihr gute Situationen rauszuspielen mit der Karte. Und auf der Karte ist auf jeden Fall der Tempowert in Ordnung. Das defensive Bewusstsein von Zagadous ist stark und seine Füße ist auch stark. Und dann werdet ihr jetzt gleich gute Szenen sehen. Wir haben jetzt hier Zagadous im Laufduell. Und Zagadous mit einem unfassbaren Grätschen. Sehr, sehr wichtig, Zagadous. Sehr gut gemacht. Als nächstes wollen wir von dir wissen, was du an deiner Ultimate Team Karte persönlich ändern würdest. Also welche Werte sind in deinen Augen auf der Karte einfach viel zu schlecht, wo du sagst, da bin ich doch zehnmal besser eigentlich. Ich weiß nicht, 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 warum FIFA ist. Du kannst ihm zeigen, dass er seine Füße ist. Ah, das ist gut. Das ist gut. Was ist das? Pass? 61? Wir ändernen Pass. 61? Pass, 61? 61, ja. Pass, Pass. Dribble, 50. Dribble, 50. Du hast es gesehen, das ist nicht so, dass sie in der Entrenung sind. Pass, Dribble, Schüte. Schüte, wie? Tangier, schüte. Attends, recommence es. Schüte, ich gängeli. 30! Was. 34! Schüte. Re-commenci, du, du vor der Kamera. Bauch. Moi, ich bin sehr glücklich, denn ich habe eine Passe ist. 61. Ich bin nicht noch eine FIFA, aber noch 61. Ein Teil von Tire. Je habe 51. 51 oder 53? Spiegel. Entschuldigung, hier. 34! Tief, ich habe 34! Nein, das ist nicht so. Warum haben wir gesagt, das ist nicht so. Tief, Mann. Man muss den Tief. Minimum 70. Minimum. 34. Ah! Rafa, ja. 34 schießen. Keine Ahnung, was sich EA dabei gedacht hat, aber schaut doch einfach selbst. Hier, Zagatou, vorne drinnen. Vorne drinnen, weil er meint, er hat keinen guten Schuss. Das werden wir jetzt nicht bestätigen, sondern er hat den... Was ein schönes Tor von Don Axel Zagatou. Was für ein schöner Treffer. Und dann geht er in die Kamera und lässt sich feiern bei der gegnerischen Mannschaft. Sehr, sehr gutes Tor von Zagatou mit der Ballrolle, dem Dragback. Was für ein Abschluss. Was für ein Abschluss. Ich glaube, da sollte EA wirklich was tun an seinem Schusswert. Ich glaube, was der Zagatou feiern würde, wäre seine eigene Pro-Player-Karte, wo er fast auf jedem Wert über 90 hat. Ich glaube, dann beschwert er sich nicht mehr so. Du warst in dieser Saison ein einziges Mal im Team of the Week. Hast du dich darüber gefreut oder ist das für dich nichts besonderes? Oh nein. Ich war glücklich. Aber es ist normal. Ich denke, es gab die größte Momenten in der Saison. Es gab die größte Momenten. Es gab die größte Momenten. Es gab die größte Momenten. Ich war glücklich für die Richtungen als für meine Sälektion in der Woche. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine einzige Legende in dein Ultimate Team zu packen, welche Ikone wäre das? Ich bin DJ Drogba. Wenn DJ Drogba in meiner Team sein kann, werde ich meinen Kapitän in der Platz von Raphael Guerreiro. Und welcher von deinen Mannschaftskollegen würdest du sagen darf nicht in deinem Ultimate Team fehlen? Der co-équipier, der in meiner Team muss sein, ist mein Kapitän, Raphael Guerreiro. Ich denke, er ist sehr wichtig für die Team. Er ist ein Meister in seinem Post. Er ist ein Spieler, der mir viel Spaß macht. Er macht die Team so sehr wichtig. Wie fühlt es sich für dich selbst an, dich in FIFA zu steuern? Ist das etwas Besonderes oder fühlt sich das an wie jeder andere Spieler? Das war ja, glaube ich, der Traum von jedem damals seine eigene Karte in FIFA zu haben. Ich spiele nicht viel in FIFA, aber ich spiele mit meinen Spielern. Es ist ziemlich strange. Wenn wir klein sind, haben wir die Möglichkeit in FIFA zu spielen. Und wir sagen uns jeden Tag, wir wollen, dass unser Spieler da sein. Es ist nicht nur wir, der es kreiert. Und wenn es FIFA geht direkt mit deinen Spielern, ist es ziemlich lustig. Es ist lustig. Und es ist immer so schade, mit seinen eigenen Spielern zu spielen. Und ja, Freunde, das war es an dieser Stelle von dem Video. Sagadou, richtig cooler, sympathischer Typ. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Es folgen natürlich noch weitere Fragen und Interviews. Das wird alles in kommender Zeit kommen. Wir sind motiviert. Euch werden coole Formate erwarten. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich, Freunde. Macht's gut. Haut rein und ciao! Ciao!